Schatz, ich bin soweit. Kommst du? Hauptsache mein Papa gießt im Hintergrund den Garten. Obwohl wir eine Bewässerungsanlage haben. Egal, warte. Hallo Papa! Komm, wir klatschen zusammen. So, fangen wir an? Jetzt? Ja, jetzt. Ich habe schon auf Record. Ich drücke jetzt, okay? Ja, warte ganz kurz für einen Video-Einstieg. Also, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute ist unser 50. Podcast und deswegen haben wir in unserer Community Fragen gesammelt und mein Team hat mir 50 Fragen einfach rausgesucht, die wir jetzt gemeinsam beantworten werden. Ja, du und ich. Ja, und Dennis und die anderen haben gesagt, es sind 50 Fragen und wir müssen alle beantworten, ganz ehrlich. Okay, dann müssen wir schnell machen. Und wir müssen jede beantworten, auch wenn es unangenehm wird. Dann ist es besser, wenn ich sie nicht beantworte, weil sonst... Auch wenn es unangenehm wird. Auch wenn es unangenehm wird. Ja, und wenn du eine Frage nicht beantwortest, dann musst du, weißt du, Wahrheit oder Pflicht, dann musst du etwas tun. Okay. Okay, komm, wir starten. Fangen wir an. Oh, ich habe was vergessen. Meine Kopfhörer. Herzlich willkommen zu unserem sage und schreibe 50. Podcast der Ehe-Therapie. Herzlich willkommen. Vor mir steht die liebe Sally. Und der wundervolle Murat. So, und das ist der 50. Podcast, also 50 Wochen lang sind fast ein Jahr. Ja. Das Jahr hat wie viel 56 Wochen? 52. Oh, 52. Oh, da sind wir schon drüber. Ja. Das ging einfach schnell. Boah, krass. Hä, wir haben 50? Ja. Also in zwei Wochen wäre einjähriges. Ach so. Okay, alles nice. Mathe war nicht so seine Stärke. Ihr müsst einfach richtig heiraten, das ist wichtig. Und wir haben uns gedacht, zum 50. Podcast werden wir 50 Fragen von euch beantworten. Und ich habe neulich in der Story die Fragen gesammelt. Dennis und mein Team haben die Fragen uns gescreenshottet. Deswegen habe ich auch das Handy vor mir liegen. Und wir beantworten jede Frage. Okay. Egal, ob sie unangenehm ist oder nicht, okay? Immer gespannt. Ja, aber der Podcast soll jetzt auch keine 50 Stunden gehen, deswegen halten wir jetzt direkt ran und werden die Fragen beantworten. Und übrigens alle, die gerade nur zuhören und nicht zuschauen, wir haben, macht die Finger weg von den Knöpfen. Wir nehmen den Podcast übrigens auch als Videopodcast auf. Also falls ihr mal schauen wollt, wie es bei uns hier im Podcastbüro aussieht, dann könnt ihr gerne das Video auf YouTube schauen. Genau, oder wenn ihr auf YouTube seid und ihr wollt den Podcast anschauen, dann geht ihr auf Spotify oder auf Deezer oder AudioNow oder wie auch immer. Ganz genau. Und der ist kostenlos. Okay, also ich fange jetzt einfach an. Okay, aber ich schwöre, wenn es irgendwas pervers ist, ich bin raus. Ja, okay. Okay, was war die schwerste Zeit, durch die ihr gegangen seid? Ich glaube, eine schwere Zeit war die Bauphase. Das kann wahrscheinlich jedes Ehepärchen verstehen. Ja, da gab es eine schlimmere Zeit, ganz am Anfang. Wir hatten schon viele Höhen und Tiefen, muss ich sagen. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man mit so Situationen umgeht. Und ich glaube, wir zwei sind echt ein gutes Team. Toi, toi, toi. Und wie sagt man, am wichtigsten ist es, dass man gesund ist? Ja. Das Allerwichtigste, alles andere ist. Und ich bin einfach wirklich sehr froh, dass wir beide gesund sind, dass unsere Kinder, unsere Familien, die Eltern alle gesund sind. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Und alles andere, muss ich sagen, das sind Dinge, wo ich mir denke, so schlimm ist es nicht. Also egal, ob du mal finanziell am Boden bist, das waren wir auch schon tatsächlich, also wirklich auch schon ganz schlimm. Und wir sind da durchgegangen, weil ich mir halt denke, das ist kein Weltuntergang und man kann eben alles schaffen. Aber wichtig ist einfach, dass man gesund ist. Und deswegen, jeder, der gesund ist, sollte seine Gesundheit auch wertschätzen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt so viele Kinder, so viele Eltern, Familien, Alleinstehende, die einfach krank sind. Und denen geht es schlechter als euch. Und deswegen, egal wie schlimm die Situation auch erscheint, egal wie sehr ihr am Tiefpunkt seid, es gibt immer einen Weg raus. Ja, auf Türkisch gibt es sogar Spruche. Ich sage mal kurz, cana gelse, malo gelme se. Ja. Cana gelme se. Du bist so blöd. Du hättest gedacht, ich merke es nicht. Ja, okay, aber passt nicht. Ja. Okay. Ja, was sind eure Lieblingsfarben? Ich mag, ich habe die Fragen doch nicht rausgesucht. Das haben wir in meinem Poesiealbum, wenn wir reinbringen. Ich weiß. Hobbys sind voll licht. Egal. Ich sehe immer schwarz an. Also seit ich mich zugenommen habe, sehe ich nur schwarz an. Meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich immer noch Magenta, aber auch Salbalgrün zurzeit. Ich liebe Salbalgrün. Einfach schön. Macht die Finger weg von denen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Okay, wollte ich noch wissen. Ja. Schau auf jetzt. Ja, okay, weiter geht's. Was sind eure Lieblingsbücher? Ja. Und zwar, ich habe das schon mal gesagt, übrigens, komischerweise schreibt mich gestern einer an und sagt, danke für den Buchtipp. Das war das genialste Buch, was er jemals gelesen hat. Und zwar von Carlos. Carlos Ruiz Savon, Im Schatten des Windes. Ist ein Roman. Das ist der einzige Roman, den ich wirklich mal gelesen habe, aber der war so gigantisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du mal einen Roman gelesen hast, die Konzentration dafür hast. Ja, wirklich. Hör jetzt auf mit den Knöpfen, es nervt. Okay. Ich sag's dir, ich bin dir die Hände sonst weg. Okay, alles klar. Okay. Also, Im Schatten des Windes von Carlos Ruiz Savon. Ich muss sagen, ich habe kein Lieblingsbuch, weil ich lese halt ein Buch einmal und das war's. Und wenn ich es gut fand, dann empfehle ich es auch gern weiter. Wer lest denn Bücher zweimal? Ja, deswegen, deswegen verstehe ich auch die Frage, was ist dein Lieblingsbuch nicht? Ah, das Buch, was ich gerade gelesen habe. Ja. Also, ich habe nur ein Buch gelesen. Was du vielleicht ganz toll fandst. Ich fand zum Beispiel ganz toll, ein ganzes halbes Jahr, da habe ich Rotz und Wasser keult. Ich habe aber auch echt gern andere Bücher gelesen. The Mister, dann die drei Shades of Grey, dann Thriller lese ich gern. Ja. Wünschst du dir manchmal mehr Zeit für dich selbst? Natürlich. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Ich glaube, das wünscht sich echt jeder. Vor allem als Eltern, muss man sagen, opfert man, was heißt opfern? Man macht es ja gerne. Aber jetzt positiv ausgedrückt, opfert man viel Zeit für die Kinder, natürlich auch für die Ehe, für die Familie, für Freunde. Und ich denke, man selbst kommt oft zu kurz und das muss ich zum Beispiel auch lernen, dass ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehme. Und ich weiß noch, dass ich bis vor kurzem immer gesagt habe, ich bin gar nicht so gern allein. Also ich bin schon immer gern in Gesellschaft. Ich lieb es, Freunde da zu haben, Familie, Kinder, Ehemann. Aber tatsächlich zurzeit genieße ich es auch mal, wenn ich mal so echt eine Stunde einfach allein bin und so nichts spreche, nichts tue. Also was heißt nichts tun? Ich mache dann vielleicht Sport oder keine Ahnung, kümmere mich halt einfach um mich. Ich würde gern wieder mal mit Fußballspielen anfangen. Das kannst du machen. Ich würde wirklich gern wieder mit Fußballspielen anfangen. Hätte ich richtig Lust drauf. Fände ich auch schön. Und ich würde mir auch mal gern wieder mit Kumpels fortgehen. Ja, mach das. Ich habe nur noch den Ali, habe ich als Kumpel. Nur noch den Ali. Und Günni? Günni habe ich als Kumpel, ja. Schabern, Barty, Dennis. Die nutzen mich nur aus. Ja, also ich muss mir auch ein bisschen mehr Zeit wieder nehmen für mich und einfach mal wieder auf mich hören, auf was habe ich jetzt gerade Lust. Und das finde ich, ist schon wichtig, dass man das macht. Aber jetzt haben wir ja auch gerade Schulferien in Baden-Württemberg. Die meisten bei uns haben auch Urlaub. Also jetzt gerade Sarah und Josh, mit denen ich natürlich täglich arbeite, die haben gerade Urlaub. Mit deinen Eltern würde ich gern mehr Zeit verbringen. Ich würde so gern mit deinem Papa zusammen reisen. Ich würde mal gern mit ihm nach China gehen oder ich würde mal gern mit ihm nach Afrika gehen. Aber ich glaube, mein Papa, der ist da so, der wird es nicht wollen. Nicht, weil er die Länder nicht mag oder so, sondern er hätte, glaube ich, so ein bisschen nicht Angst, aber er mag so das Fremde. Ich glaube, da fürchtet er sich so ein bisschen davor. Aber ich denke, dass es schon für die beiden recht cool wäre. Die sind halt nicht so abenteuerlustig. Das ist das Wort, was mir fehlt. So, seid ihr glücklich, so wie es gerade ist? PS, ihr seid mega toll. Danke, ihr seid auch alle mega toll. Ich bin tatsächlich echt glücklich, so wie es gerade ist, weil ihr müsst euch vorstellen, denn klar arbeiten wir viel und es ist auch gerade echt viel, was wir haben mit Baustelle, Bauen, keine Ahnung. Aber es ist so, dass uns das alles viel zurückgibt. Also mich macht es glücklich, wenn ich jeden Morgen aufstehe und ich sehe die ganzen schönen Pflanzen und ich sehe die Mitarbeiter und wir haben es einfach jeden Tag. Ich bin jeden Tag glücklich. Ich würde, mir geht es ein bisschen zu schnell. Ja, was und das sagst du? Ja, wirklich, mir geht es ein bisschen zu schnell. Das heißt, man kann oftmals die Momente nicht so genießen, weil schon wieder das nächste Highlight kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne, ach Gott. Ich habe auch neulich mit einem Freund drüber gesprochen. Ich würde so gerne mal unter der Woche einfach auf dem Balkon sitzen. Ja, aber das können wir doch machen. Das liegt ja in unserer Hand. Nee, das liegt nicht in der Hand. Ja, doch eigentlich schon. Du kannst ja echt mal sagen, so und heute lasse ich es jetzt mal liegen und mache morgen weiter. Das Problem ist halt, dass wir hier auch arbeiten und auch leben. Ja. Das ist für mich ein Problem. Also was ist ein Problem? Es ist etwas Wundervolles. Es ist ein Privileg, das zu machen. Es hat eine gute Seite. Aber die schlechte Seite ist, ich kann jetzt zum Beispiel nicht auf dem Balkon sitzen und während andere arbeiten. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Deswegen. Aber ich glaube, das wird jetzt besser, wenn dann mal alle Mitarbeiter und das ganze Team praktisch so ins Nebengebäude ziehen und dann haben wir auch ein bisschen mehr Privatsphäre wieder. Und das wird für uns echt gut, weil das stimmt auch, dass auch bei uns unter der Woche zum Beispiel, wenn ich dann drüben arbeite und drehe und Morat eben im Raspberry oder egal wo arbeitet, dann ist es halt auch so, dass ich zum Beispiel mit Samira geht's, die ist schon zehn, dann kann die schon Freunde einladen und mit denen hier spielen und Zeit verbringen. Bei Ella, die will ich halt nicht alleine lassen, die ist ja erst fünf. Und wenn da jetzt eine fünfjährige Freundin dazukommt, wir haben einen Teich, wir haben einen Garten und dann hätte ich halt Angst, dass da was passiert und die kann ich dann nicht alleine lassen. Das heißt, Ella hat halt immer nur Freunde da am Wochenende, wenn wir halt auch frei haben. Aber wie gesagt, die Vorteile überwiegen. Ja, auf jeden Fall. Muss man ganz ehrlich sein. Definitiv. Also ich würde es nicht anders machen wollen. Ja. Habt ihr jemals gedacht, dass ihr selbstständig sein werdet? Ich tatsächlich nicht. Ich schon. Ja? Ja. Du warst ja auch vorher selbstständig. Auch vor mir schon. Ich war schon eigentlich immer selbstständig. Und ich war halt immer so ein Sicherheitsmensch. Ich wollte Beamtin werden und wollte Lehrerin sein. Ich meine selbstständig war einfach halt morgens ganz normal arbeiten irgendwo wegen der Sicherheit und mittags dann schwarze Arbeit. Ja. In welches Land wollt ihr unbedingt mal verreisen? Ich will unbedingt nach Japan. Japan, ja. Ich glaube, Japan ist auch so mein Ding. Japan, das ist wow. Ja. Und Schottland will ich auch mal. Irland. Oh, Kanada hätte ich auch mal gucken. Kanada. Richtig. Oh, ja. Ich würde ja echt auch mal gerne nach Australien, aber ich habe da Angst vor den ganzen Tieren. Mhm. Weil der Josch mir mal, der war ja mal ein Jahr dort und dann hat er mir erzählt, wie da die Riesenspinnen und dann bin ich raus. Ja. Also, das Ding wäre, Japan wäre so. Ja. Wirklich etwas. Und Finnland. Nee, ist mir zu kalt. Auch wenn es mir nicht schreiben, die haben auch Sommer, ich weiß. Und Georgien. Georgien mir auch. Das soll auch toll sein. Das haben wir Füßelstuckern mit mir. Wir nehmen gerade einen Videopodcast auf. Das haben wir gerade die Füßelstuckern mit. Ja, tut mir leid. Wie lange benutzt ihr jeden Tag euer Handy? Ich habe gestern jetzt wirklich geguckt, jetzt mal ohne Spaß, aber ich meine, klar, ich bin anders als, wir haben auch erst gestern darüber geredet. Wir haben gestern darüber geredet. Ich war gestern, ich war gestern drei Stunden am Handy. Oh, das ist aber tatsächlich noch relativ gut, finde ich, für dich. Hä, willst du mich gerade verüppeln? Wir hatten drei Stunden am Handy. Ganz ehrlich, ich habe neulich bei meinen Freunden auch geguckt und die sind alle länger am Handy als ich und das ist mein Hauptberuf. Und ich finde, dafür, dass es mein Hauptberuf ist, bin ich echt recht wenig am Handy. Aber das hat alle Gründe, weil ich natürlich viel mit den Zuschauern schreibe. Ja. Also egal, ob auf der Leckereiengruppe bei Facebook oder die Instagram-Fragen, die mir Zuschauer schicken oder einfach was poste oder ich lese halt voll auf Nachrichten. Also ich bin kein Mensch, ihr werdet mich niemals datteln sehen. Also ich mache keine Spiele oder sowas oder ich gucke mir irgendwie Schmuddelseiten an. Ich gucke mir wirklich nur Nachrichten und antworte Menschen. Ja, und bei mir ist es so, ich habe im Tagesdurchschnitt auch drei Stunden. Echt? Letzte Woche. Krass. Aber tatsächlich nur, das muss ich dazu sagen, weil wir Pimp My Kitchen gemacht haben und da hatte ich dann viele Reels aufgenommen und viele Videos und Fotos, aber ansonsten habe ich einen Tagesdurchschnitt von eineinhalb Stunden und ich finde das echt gut. Wobei ich sagen muss, dass ich Kommentare meistens am Laptop beantworte, weil ich da schneller bin. Deswegen, also ich glaube im Schnitt bin ich so zweieinhalb Stunden digital. Krass. Und das finde ich geht. Also ich gucke dann halt auch nach Effizienz. Also ich dattel dann halt auch nicht rum. Klar gucke ich mir auch mal Reels und Storys und so an, aber ich bin schon so, dass ich dann die Zeit effizient nutze und dann das Handy wieder weglege. Das Problem, mein Handy ist zum Beispiel gar nicht da, aber das Schlimme, wenn du überall Menschen siehst, wo das Genick dann so geknickt ist und dann gucken sie immer drauf, wie die, oh das Wahnsinn. Okay. Gut. Dann fragt eine Zuschauerin. Oft habe ich das Gefühl, dass ich im Leben nicht vorankomme. Habt ihr Ratschläge? Ich glaube. Du musst dann richtig heiraten. Mach das auch. Habe ich auch gemacht. Das bringt einem wirklich was. Musst du gar nicht. Ja. Ich glaube, dass viele Menschen sich Ziele setzen, die zu hoch sind. Und dann hat man das Gefühl, man kommt nicht weiter. Und ich glaube, wenn man sich kleinere, realistischere Ziele setzt, dann hat man zum einen die Motivation, das auch zu schaffen. Und ich meine, ich sage jetzt auch nicht, dass ihr euch nie hohe Ziele setzen könnt. Ich meine, wir haben uns auch hohe Ziele immer gesetzt. Oder Träume. Oder es ist auch Zufall passiert. Kann auch so. Oder es ist auch Zufall passiert. Aber ich glaube, dass man ja irgendwie lernen muss, mal kleinere Steps zu machen, zufrieden zu sein und dann auch zu sagen, manchmal gibt es halt Situationen, die kann man nicht ändern. Und dann ist es halt so. Dann muss man sich damit abfinden. Und man muss auch überlegen, man startet ja irgendwo, man hat ein Ziel. Und das Ziel ist jetzt, sagen wir mal, so drei Meter entfernt. So. So wie hier zum Beispiel. Ja. Ja. Und jetzt ist ja so, dass man ein Ziel hat und auf das Ziel zugeht. Und man hat das Ziel immer vor Augen. Und aber, wie heißt der Spruch, der ist jetzt ein bisschen abgedroschen, der Weg ist das Ziel. Das heißt, unterwegs passiert so viel Cooles, dass manche Menschen sind aber so fokussiert auf das Ziel, dass sie das unterwegs gar nicht mehr wahrnehmen, was unterwegs alles passiert. Und das auch Wertschätzung. Und das auch Wertschätzung. Es ist auch mal, da gibt es einen ganz, ganz berühmten Erfinder, der hat gesagt, der hat auf dem Weg zum Ziel mehr erfunden als im Ziel. Also er hat sich dann zur Aufgabe gemacht, ich werde jetzt keine Ahnung. Einen Teller mit Goldrand erfinden. Einen Teller mit Goldrand empfinden, weißt du. Und dann war er auf dem Weg, den Teller mit Goldrand zu empfinden und hat unterwegs so viele neue Sachen erfunden. Und deswegen muss man sich immer natürlich Ziele setzen, aber die Augen offen halten und immer auf den Boden schauen. Die coolsten Sachen liegen meistens auf dem Boden. Das stimmt. Und vielleicht kannst du dir ja auch abends einfach immer so drei Stichpunkte machen, was du den Tag erreicht hast, was du vielleicht Neues gelernt hast, was positiv war. Und ich glaube, wenn man sich das aufschreibt und mal visuell hat und sich dann immer mal wieder rückblickend durchlesen kann, dann sieht man auch, dass man Ziele erreicht. Und nochmal, wir haben auch stetig, wie nennt man das Rückschläge, wir sind auch demoralisiert, wir sind auch mal kaputt, wir haben auch mal keinen Bock. Das ist völlig, völlig was Normales. Also das ist gar nicht, also das ist wirklich etwas völlig Normales und ja. Entschuldigung, ich musste gerade gehen. Ja, hat der Podcast eurer Ehe gut getan, so als Ehe-Therapie? Definitiv. Definitiv, ja. Und ich bin der Meinung, ganz ehrlich, sei es ihr den Podcast nicht öffentlich macht, mit eurem Partner, macht einen Podcast. Ja. Wirklich, ohne Witz. Wir haben vorher wirklich, also wir sind schon so ein Pärchen, was vielleicht zu wenig auch mal geredet hat, weil wir halt viel unterwegs waren und dann hier und da und Haushalt. Was heißt unterwegs, du bist ja drüben und hier. Genau. Also so, jeder hatte einfach zu viel zu tun, so für sich. Und dann, keine Ahnung, dann bin ich abends zu kaputt und dann habe ich eben gar keine Lust mehr zu reden. Und dann war so ein Podcast, war halt so ein Termin. Ja. Und ich glaube, so wie Murat sagt, man kann sich einfach diesen Termin setzen. Und ich meine, auch wenn wir den Podcast jetzt nie veröffentlichen würden, setzt euch einfach einen Termin, einmal die Woche. Und ich weiß, als Mama und Papa von zwei, drei oder mehr Kindern, schafft man es oft halt nicht. Da bleibt halt diese gemeinsame Zeit halt manchmal auf der Strecke, weil man so viele Verpflichtungen hat. Aber nehmt euch einmal die Woche zumindest eine Stunde und das schafft jeder. Mit dem Partner zu reden. Das schafft jeder. Du lernst den Partner auch neu kennen. Ja. Vielleicht lässt sich nachher auch scheiden, weil du gemerkt hast, die falsche Person ist. Du weißt es nicht. Aber uns hat es wirklich gut getan. Willst du mir was damit sagen? Nein, will ich nicht sagen. Aber uns hat es wirklich gut getan. Wie du es gerade gesagt hast, abends hockt man sich hin und dann ist man so fertig. Und dann sagt man, ich brauche irgendwas, eine ganz leichte Kost. Genau. Und dann schaut man sich vielleicht Netflix an oder was anderes. Aber so ein Podcast ist besser, finde ich. So ein Podcast ist einfach, man redet mit ihm und merkt dann einfach, oh, da ist ja eine Person. Ich lerne meine Frau neu kennen. Nach 13 Jahren. Das ist auch wahr. Macht das auf jeden Fall. Ja. Wann kommt ihr mal nach Wien? Ich muss sagen, wir waren die letzten Jahre öfter in Wien. Klar, jetzt Corona-bedingt ging es nicht mehr. Und sogar fast öfters in Wien als in Berlin. Ja, das stimmt. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich meine, wenn jetzt erstmal wieder hoffentlich alles wieder Richtung normal wird, dass wir dann auch wieder nach Wien kommen, zum Interspark kommen, unsere Partner und Freunde besuchen, denn wir sind super gerne in Österreich. Österreich ist so schön. Ja, Österreich ist Wahnsinn. Wirklich. Ja, ist echt Wahnsinn. Während du mit der Arbeit beschäftigt bist, wo bleiben deine Töchter? Also oftmals ist es so, dass sie bei Oma und Opa sind. Ich bin auch sehr froh, dass wir Oma und Opa haben. Und wir tun sie in der Vorratskammer einsperren. Ich bin auch echt froh, dass wir Oma und Opa haben und die beide gesund sind. Die gehen mit denen in den Garten, auf den Spielplatz, sind bei uns im Garten. Aber oft ist es auch so, dass sie einfach bei uns zu Hause sind. Und die Ella hat vorhin zum Beispiel ihr Zimmer aufgeräumt. Dann hat sie mit ihren Tony-Boxfiguren gespielt. Dann hat sie gemalt. Samira kommt dann auch mal gerne ins Büro rüber. Also die sind teilweise hier oder teilweise mit Oma oder auch bei Freunden. Und die Samira zum Beispiel, die kann schon Videos schneiden. Also die schneidet schon Videos. Die lernt dann von Ariane, von den Leuten hier, von Dennis. Oder die gehen hoch und machen Hausaufgaben. Also sehr, sehr familiär bei uns. Oder Photoshop und so. Oder Photoshop, genau. Lernen sie Kinder auch schon. Genau. Wichtig ist den Kindern ganz, ganz früh Photoshop beizubringen. Das ist ganz, ganz wichtig für Instagram. Für die Filter. Ja, was ist die wichtigste Gewohnheit, die ihr euren Kindern beibringen wollt? Eine Gewohnheit, dass sie immer ordentlich sind. Und als… Eine Gewohnheit. Ist Ehrlichkeit eine Gewohnheit? Nee. Das habe ich auch gerade gedacht. Nee, eine Gewohnheit. Nee, einfach sauber zu arbeiten. Ja, sauber arbeiten und Dinge, die man begonnen hat, beenden. Genau. Da hatte ich es auch neulich mit einer Mama drüber. Weil Samira jetzt eine Zeit lang hatte sie keine Lust mehr auf Klavier. Nee, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann war ich aber trotzdem so, dass ich gesagt habe, nee, du gehst bitte weiterhin. Und habe sie dann auch versucht, wieder zu motivieren, weil gerade Klavierspiel muss man halt auch sagen, wir haben ja so ein Gerät gemietet, so einen Mietkauf. Und dann denke ich mir halt auch, so ein Kind muss halt auch lernen, das ist jetzt eine Verantwortung. Ich wollte das unbedingt und die hatten uns ja wirklich monatelang genervt damit, dass sie unbedingt Klavier spielen will. Und dann finde ich, muss man halt auch am Ball bleiben. Und man muss auch lernen als Kind, dass es Dinge gibt, die man, und ich meine, also dass es Dinge gibt, die man tun muss, weil es eben gemacht werden muss. Dazu gehört mal die Care-Woche zu machen, dazu gehört das Zimmer aufräumen, dazu gehört Haushaltstätigkeiten oder halt auch mal extrem früh aufstehen, weil man hat eben als Erwachsener Verpflichtungen, denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Und man muss es halt tun. Und ich finde, als Kind sollte man das lernen. Klar, wenn ein Kind irgendwie weint und irgendwas tut und es will es auf Gott echt einfach nicht machen, dann sollte man niemanden dazu zwingen. Aber jetzt haben wir es eigentlich wieder so weit, dass es wieder gerne macht. Was würdet ihr eurem früheren Ich mit auf den Weg geben? Ich würde meinem früheren Ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auf den Weg geben. Stimmt, du warst damals nicht selbstbewusst, deswegen habe ich dich auch gekriegt. Ich war sehr schüchtern, ich war sehr selbstkritisch, habe nicht an mich geglaubt. Cool. Und dann ist es ja meistens so, wenn Menschen so sind, dann treten sie meistens in die Sekte ein. Und du hast schon einfach geheiratet. Richtig. Ja. Ich würde meinem früheren Ich echt mehr Selbstbewusstsein geben. Ja. Aber ein gesundes Selbstbewusstsein, es gibt ja auch ein krankes Selbstbewusstsein. Das sind dann die, die irgendwie im Fernsehen anfangen zu singen. Was ich meine... Vor der Öffentlichkeit. Und vielleicht nicht sollten. Was ich meinem früheren Ich mitgeben würde, gar nichts. Also ich bereue gar nichts. Ich bereue wirklich nichts. Finde ich auch gut. Nee, ich finde das nicht schlimm. Weil ich finde immer... Man hat ja daraus gelernt. Wenn ich irgendwas weglassen würde, zum Beispiel, hätte ich das und das besser gemacht, dann wäre ich heute nicht die Person, die ich heute bin. Und ich bereue gar nichts, weil ich mit mir im Reinen und zufrieden bin. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt hier die ersten paar Fragen schon beantwortet. Und wenn ihr die Fragen bis zum Schluss hören möchtet, dann hört euch gerne den Podcast an. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Tschüss. In Kiosk. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche Themen wir als nächstes behandeln sollen. Könnt ihr übrigens den Podcast auch im Lidl, an der Kasse... Fragt einfach. Macht das. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020